Die Illusion des Getrenntseins und das Durchscheinen der Ganzheit. Haben Sie schon einmal einen Hund in seinem ganzen Hundsein erblickt? Ein Hund ist etwas ganz Erstaunliches, wenn man ihn wirklich sieht. Was ist er? Woher kommt er? Wohin geht er? Warum hat sein Körper diese Gestalt? Was hat er für eine Anschauung von den Dingen und seiner Umgebung? Was fühlt er? Kinder stellen sich solche Fragen. Sie haben eine noch unverbrauchte Schau auf die Welt und sehen alles wie zum ersten Mal. Unsere Anschauung der Welt dagegen ist oftmals abgestumpft. Wir sehen bloß einen Hund. Wer einen gesehen hat, hat alle gesehen. Was wir blicken, sehen wir weniger durch unsere Augen als durch den Filter unserer Gedanken und Meinungen. Unsere Gedanken sind wie ein Schleier, der uns die lebendige Schau der Dinge verwehrt. Was in unseren Wahrnehmungsbereich eintritt, wird vom denkenden Geist identifiziert, klassifiziert und begrifflich fixiert. Ein Hund. So hindert uns der urteilende Geist tatsächlich daran, den Hund in der Fülle seines Seins zu erschauen. Der Wahrnehmungsinhalt Hund wird mit all seinen Assoziationen im Gehirn unverzüglich zum Objekt verarbeitet und einer Kategorie zugeordnet, woraufhin der nächsten Wahrnehmung oder dem nächsten Gedanken dasselbe widerfährt. Als unser Sohn zwei Jahre alt war, wollte er wissen, ob in unserem Hund Sage ein menschliches Wesen stecke. Das war ein rührender Moment und ich konnte in diesem Augenblick unseren Sage mit den Augen unseres Sohnes sehen. Ich verstand auch, warum er so fragte. Sage war ein echtes Familienmitglied mit seinem angestammten Platz, das mit seiner Gegenwart spürbar zur Atmosphäre des Hauses beitrug. Eine vollwertige Persönlichkeit wie jeder andere von uns. Wie konnte ich meinem Sohn also auf seine Frage antworten? Nehmen wir Hunde lieber aus, aber ein Vogel, eine Katze, ein Baum, eine Blume, ein Rhinozeros. Jedes für sich ein staunenswertes Wesen. Wenn man sie sich einmal richtig anschaut und wirklich wahrnimmt, glaubt man kaum, dass es sie gibt. Da ist es, ein vollkommenes Wesen, das einfach ist, was es ist, in sich vollendet. Ein fantasievolles Kind könnte wohl ein solches Wesen wie ein Rhinozeros, einen Elefanten oder eine Giraffe ersinnen. Aber sie sind nicht da, weil sie der Fantasie eines Kindes entsprungen sind. Es ist das Universum, das solche Träume spinnt und in die Welt setzt, wie auch uns selbst. Das Leben ist in jeder Form schön und faszinierend, sobald sich der Schleier unserer Denkroutinen hebt und sei es nur für einen Augenblick. Es kann nicht schaden, sich das jeden Tag in Erinnerung zu rufen. Jeder Vorgang, jede Situation, jedes Ding kann auf sehr unterschiedliche Weise betrachtet werden. Einmal ist ein Hund einfach ein Hund, an dem nichts Ungewöhnliches ist, dann wieder ist er etwas Besonderes, ja sogar Wunderbares. Es hängt ganz von der Betrachtungsweise ab. Man könnte sagen, dass ein Hund gewöhnlich und ungewöhnlich zugleich ist. Unabhängig davon, wie wir ihn betrachten und folglich davon, was wir in ihm sehen, bleibt der Hund immer einfach das, was er ist. Was sich wandelt, ist unser Geist. Aus diesem Grund sind Tiere, Blumen, die Berge oder das Meer auch so hervorragende Lehrmeister. Sie spiegeln uns die Wandlungen unseres Geistes wieder. Wenn der Geist sich wandelt, tauchen vor uns neue Möglichkeiten auf. Die Dinge rücken in eine weitere Perspektive und auch der Hund wird nicht mehr das sein, was er vorher für uns war. Alles, was Sie während der Meditationssitzung oder im Alltag durch die Optik der Achtsamkeit betrachten, wird Ihnen in einem neuen Licht erscheinen und Sie werden es auf neue Art zu schätzen wissen. Ganz normale Ereignisse kommen uns plötzlich als außergewöhnliche Erlebnisse vor, was nicht heißt, dass Sie aufgehört hätten, normale Ereignisse zu sein. Sie bleiben, was Sie sind. Was sich verändert hat, ist Ihre Wahrnehmung. Sie sind für Ihre Fülle empfänglich geworden. Und das wiederum ändert tatsächlich alles. Nehmen wir als Beispiel nochmals das Essen. Es ist eine ganz gewöhnliche Beschäftigung, der wir täglich mehrmals nachgehen, meistens ohne ihr besondere Beachtung zu schenken oder weiter darüber nachzudenken. Allein die Tatsache, dass der Körper Nahrung verdauen und daraus Energie beziehen kann, ist etwas Erstaunliches. Der Verdauungsprozess ist ein hochgradig komplex organisiertes Geschehen, das auf jeder Ebene auf sein Ziel abgestimmt ist. Von der Zusammenarbeit der Zunge und der Wangen, um die Speise zwischen den Zähnen zu halten, damit sie gekaut werden kann, über die biochemischen Prozesse, die die Nahrung in ihre Komponenten aufspalten, um sie zu absorbieren und daraus Energie zu gewinnen, sowie Zellen und Zellgewebe zu erneuern, bis hin zur zielsicheren Ausscheidung der Abfallprodukte. Diese verhindert, dass sich Giftstoffe im Körper ablagern und gewährleistet außerdem, dass der Stoffwechsel und seine Biochemie im Gleichgewicht bleiben. Genau genommen ist alles, was der Körper leistet, ungewöhnlich und erstaunlich. Gehen ist ein weiteres gutes Beispiel. Wenn Sie jemals in der Situation waren, nicht laufen zu können, dann wissen Sie, welch kostbare und wunderbare Fähigkeit das Gehen ist. Nicht anders verhält es sich mit dem Sehen, Hören, Sprechen, Atmen, Denken, mit jedem Sinneseindruck und jeder Bewegung, der Sie Ihre bewusste Wahrnehmung zuwenden. Ein wenig Besinnung genügt, um zu erkennen, dass der Körper wunderbare Dinge vollbringt, die Sie jedoch wahrscheinlich für vollkommen selbstverständlich halten. Haben Sie schon einmal über die unglaubliche Leistung Ihrer Leber nachgedacht? Die Leber ist das größte innere Organ. In jeder Sekunde laufen in ihr mehr als 30.000 Enzymreaktionen ab, bei denen sie den Stoffwechsel im Gleichgewicht hält. Der große Immunologe Louis Thomas schreibt in seinem Buchklassiker »The Lives of a Cell«, dass sie sich lieber ins Cockpit einer Boeing 747 setzen würde, ohne etwas vom Fliegen zu verstehen, als für die Funktionen seiner Leber zuständig zu sein. Das Gleiche gilt für das Herz, das Gehirn und das übrige Nervensystem. Solange Sie einwandfrei arbeiten, machen wir uns kaum Gedanken darüber. Und wenn doch, gelingt es uns dann, darin etwas Außergewöhnliches zu erkennen? Nicht anders ist es mit dem Vermögen der Augen zu sehen, dem Vermögen der Ohren zu hören, der Fähigkeit, Arme und Beine gezielt zu bewegen, der Fähigkeit, den ganzen Körper im Stehen auf zwei Füßen zu balancieren, oder sein Gewicht im Gehen ohne Stolpern vorwärts zu bewegen. All diese Fähigkeiten sind im Grunde erstaunlich. Unser körperliches Wohlbefinden hängt vollständig vom perfekten Zusammenspiel der Sinnesorgane, Muskeln und Nerven, Zellen, Organe und Organsysteme ab. Dennoch fällt es uns nicht leicht, es so zu betrachten. Und damit vergessen oder übersehen wir die Tatsache, dass unser Körper ein wahres Wunderwerk ist. Unser Körper ist selbst ein kleines Universum, aufgebaut aus 100 Billionen Zellen, die alle von einer einzigen Zelle abstammen, sich in Form von Zellgewebe, Organen, Systemen und Strukturen organisiert haben und von sich aus in der Lage sind, sich als ein Ganzes zu steuern, um dabei das innere Gleichgewicht bis hinab zur Nanoebene miteinander vernetzter Molekularstrukturen aufrechtzuerhalten. Es steht also außer Frage, dass unser Körper, wohin immer man blickt, über die Fähigkeit der Selbstregulierung und Selbstheilung verfügt. Das ist einer der Gründe, warum wir die Teilnehmer an unseren MBSR-Kursen als die genialen Wunderwesen betrachten, die wir tatsächlich alle sind. Der Körper erhält sein inneres Gleichgewicht mithilfe hochsensibler Rückkopplungs- oder Feedback-Schleifen, über die alle Vorgänge im Organismus miteinander in Verbindung stehen und als ein Ganzes zusammenwirken. Wenn Sie sich körperlich anstrengen, zum Beispiel laufen oder Treppen steigen, pumpt das Herz automatisch mehr Blut, um mehr Sauerstoff für die erhöhte Muskelleistung bereitzustellen. Ist die Anstrengung vorüber, schlägt das Herz wieder ruhiger, pumpt damit weniger Blut und die Muskeln, die Sie soeben die Stufen hinauf befördert haben, einschließlich des Herzmuskels, erholen sich. Hat man sich während der Anstrengung erhitzt, beginnt man zu schwitzen, wodurch der Körper sich wieder abkühlt. Hat man viel geschwitzt, wird man durstig und trinkt. Auf diese Weise sorgt der Körper dafür, dass die verlorene Flüssigkeit ersetzt wird. All diese Vorgänge sind untereinander zusammenhängende Regulierungsprozesse, die über komplizierte Feedback-Schleifen ablaufen. Dieses innige Zusammenhängen ist eine Grundeigenschaft lebender Organismen. Wird die Haut verletzt, aktivieren biochemische Signale auf zellulärer Ebene den Vorgang der Blutgerinnung, wodurch die Blutung zum Stillstand kommt und die Wundheilung einsetzen kann. Dringen fremde Mikroorganismen wie Viren oder Bakterien in den Körper ein, wird das Immunsystem aktiv, um sie zu isolieren und zu neutralisieren. Büßt eine Zelle ihre Verbindung mit den Feedback-Schleifen ein, die das Zellwachstum regulieren und wird karzinös, mobilisiert ein intaktes Immunsystem spezielle Lymphozyten. Diese sogenannten Killerzellen können die strukturelle Veränderung auf der Oberfläche karzionöser Zellen erkennen und zerstören, ehe sie Schaden verursachen. Auf jeder Stufe der Zellorganisation, von der molekularen Ebene des Zellinneren, über unser Genom bis hin zu den Aufgaben der Organe und Organsysteme, werden alle biologischen Abläufe durch einen stetigen Informationsfluss gelenkt, der jeden Teil des Zellsystems mit allen anderen für seine Funktionen bedeutsamen Teilen verbindet. Die Organisation und Steuerung dieses Informationsflusses erfolgt über ein unglaublich verästeltes Netzwerk von Verbindungskanälen, über die das Nervensystem alle Organfunktionen überwacht, über zahllose Hormone und Neurotransmitter, die von speziellen Drüsen, vom Gehirn und vom gesamten Nervensystem selbst abgegeben und deren chemische Botschaften im Blut und über die Nervenbahnen an ihren Zielort transportiert werden, sowie mithilfe eines Heeres verschieden spezialisierter Zellen des Immunsystems. All diese verschiedenen Vorgänge haben maßgeblichen Anteil daran, dass wir als ein ganzes, als in sich geschlossenes organisches Wesen funktionieren können. Das Prinzip des Zusammenhangs ist nicht nur für das einheitliche Funktionieren und die Gesundheit des Körpers von entscheidender Bedeutung, sondern wirkt genauso auf der psychologischen und sozialen Ebene. Über unsere Sinnesorgane stehen wir sowohl mit der äußeren Wirklichkeit als auch mit den Vorgängen im eigenen Inneren in Verbindung. Sie vermitteln uns wesentliche Informationen über unsere Umgebung und unsere Mitmenschen, die uns erlauben, ein geschlossenes Bild der Welt zusammenzufügen und uns in einem psychologischen Kosmos zurechtzufinden. Sie ermöglichen uns zu lernen, uns zu erinnern, logisch zu denken und mit Gefühlen auf äußere Eindrücke zu reagieren, kurz all das, was wir meinen, wenn wir das Wort Geist verwenden. Ohne das zusammenhängende Bild, das uns unsere Sinne von der Welt vermitteln, wären wir unfähig, die elementarsten Funktionen in der Welt zu erfüllen. So ermöglicht die physische Organisation des Körpers eine psychologische Ordnung, die aus der physischen hervorgeht und diese zugleich mit umfasst. Erstaunlich genug. Auf jeder Ebene unseres Seins finden wir so eine Ganzheit, die in eine umfassendere Ganzheit eingebettet ist. Und diese Ganzheit ist stets im Leib verankert. Sie ist untrennbar mit dem Körper und dem umfassenderen Lebensgeschehen, von dem sie wiederum Teil ist, verbunden. Die Entdeckung der sogenannten Spiegelneuronen macht diesen Zusammenhang abermals deutlich. Dabei handelt es sich um Nervenzellen im Gehirn, die feuern, wenn wir einem äußeren Geschehen beiwohnen und es so in uns aktiv abbilden. Es ist durchaus möglich, dass die Spiegelneuronen die biologische Grundlage unserer Fähigkeit zur Empathie, also zum Mitfühlen mit anderen Menschen bilden. Das Netz des Verbundenseins geht weit über unser Selbst und die individuelle Psyche hinaus. Während wir als individuelles Wesen eine Ganzheit bilden, sind wir gleichzeitig auch Teil eines größeren Ganzen. Wir sind verbunden mit unserer Familie und unseren Freunden, mit unseren Bekannten, mit der größeren menschlichen Gemeinschaft und letztlich mit der ganzen Menschheit und allem Leben auf diesem Planeten. Aber neben diesen, mit unseren Sinnen und über unsere Emotionen wahrnehmbaren Zusammenhängen, existieren zahllose weitere Ebenen, auf denen unser Sein in noch größere Zusammenhänge und Zyklen der Natur eingebunden ist. Wir erlangen von ihnen nur auf abstrakte Weise durch wissenschaftliche Forschung Kenntnis. Um nur einige dieser Ebenen zu nennen, wir brauchen eine intakte Ozonschicht, die uns vor der tödlichen UV-Strahlung aus dem All schützt. Wir brauchen die Wälder und Meere, die den Sauerstoff in unserer Atemluft produzieren. Wir brauchen einen relativ stabilen Kohlendioxid-Gehalt in der Atmosphäre als Puffer gegen globale Temperaturveränderungen. Eine wissenschaftliche Hypothese, die nach der griechischen Göttin der Erde Gaia-Hypothese genannt wurde, vertritt sogar die Auffassung, dass unser Planet sich wie ein sich selbst regulierender, lebendiger Organismus verhält. Auf der Grundlage wissenschaftlicher Argumente stützt sie eine Auffassung, die im Wesentlichen diejenige aller Naturvölker war. Von einer Welt, in der der Mensch mit der Erde und all ihren Lebewesen zusammenhängt und in lebendigem Austausch steht. Durch die Übung der Achtsamkeit können wir die Fähigkeit entwickeln, außer dem Getrenntsein und der Vereinzelung, auch das Zusammenhängen und die Ganzheit wahrzunehmen. Wenn wir die Dinge sehen wollen, wie sie wirklich sind, und das bedeutet in ihrer ursprünglichen Ganzheit und Verbundenheit, müssen wir sorgsam darauf achten, in welchen eingespurten Bahnen sich unser Denken bewegt und wie ausgeprägt unser Hang ist, Dinge und Menschen unbesehen in Schubladen zu stecken. Solange uns nicht die Bestimmung des gesamten Systemzusammenhangs gelingt, werden wir zu keiner befriedigenden Problemlösung kommen, weil eine entscheidende Dimension stets fehlt, die der Ganzheit. Anstatt das Problem auf Lösungsansätze hin zu durchqueren, ziehen wir uns durch unser eigenes Denken Grenzen. Mehr noch, wir verlieren aus den Augen, dass wir selbst es waren, die diese Grenzen gezogen haben, und machen resigniert vor ihnen Halt. Bröckelt das Selbstvertrauen, wird es aber immer schwieriger, noch irgendein Problem zu lösen, das sich uns stellt. Man kann sich diesen alltäglichen Vorgang durch Achtsamkeit bewusst machen, indem man dem inneren Dialog und den inneren Glaubenssätzen aufmerksam folgt und sich vergegenwärtigt, wie sie sich auf unsere Handlungsweise auswirken. Ohne die Übung der Achtsamkeit kommen wir kaum darauf, unseren inneren Dialog aus der beobachtenden Distanz zu verfolgen und ihn auf seine Gültigkeit hin zu überprüfen. Umso weniger, wenn es um Gedanken und Überzeugungen geht, die uns selbst betreffen. Wenn Sie angesichts gewisser Probleme und Aufgaben zum Beispiel dazu neigen, sich selbst zu sagen, das schaffe ich nie, dann ist eines so gut wie sicher, dass Sie es nicht schaffen werden. In dem Moment, in dem Sie den Satz sagen, verwirklicht der Gedanke seinen eigenen Inhalt. Das kann ich nicht oder ich könnte das nie, sind selbsterfüllende Prophezeiungen. Wenn es also Ihre Gewohnheit ist, in für Sie schwierigen Situationen so zu denken, stecken Sie, sobald Sie die Chance haben, im Sinne einer Problemlösung aktiv zu werden, bereits in der selbst gewählten Schublade Ihrer begrenzten Möglichkeiten. Tatsache ist aber, dass Sie gar nicht wissen, wozu Sie in dieser oder jener Situation imstande sind. Der springende Punkt ist, dass wir unsere wirklichen Grenzen durchaus nicht immer kennen. Sie könnten sich zur Abwechslung einmal selbst damit überraschen, dass Sie sich irgendein Problem vornehmen, einfach nur zum Spaß und etwas Neues ausprobieren, selbst wenn Sie keinerlei Vorstellung vom Gelingen Ihres Tuns haben und zutiefst an Ihrer Fähigkeit dazu zweifeln. Ob es sich darum handelt, an Gewicht zu verlieren, ein für alle Mal mit dem Rauchen aufzuhören, noch einmal zur Schule zu gehen, ein eigenes Unternehmen aufzubauen oder herauszufinden, wofür nach einem großen persönlichen Verlust sich noch zu leben lohnt oder ob Sie sich mitten in einer Krise befinden, die Ihnen die Lebensfreude raubt und alles in Frage stellt, woran Ihr Herz hängt. Immer wird Ihr Handlungsspielraum stark von Ihrer Betrachtungsweise abhängen, von Ihren Ansichten über Ihre Grenzen und Möglichkeiten und schließlich von Ihrer ganzen Einstellung dem Leben gegenüber. Die meisten unserer Patienten stellen sich der Herausforderung und nehmen das Risiko auf sich, der ganzen Katastrophe Ihrer Lebenssituation achtsamer und wohlwollender zu begegnen. Oft überraschen Sie sich selbst und Ihre Familien mit Ihrer neu gewonnenen Klarheit und Ihrem Mut. In diesem Erfahrungsprozess erleben Sie, wie die bisherigen Grenzen weichen und Sie zu Dingen in der Lage sind, die Sie früher niemals für möglich gehalten hätten, getragen von einem bis dahin nicht gekannten Gefühl der Ganzheit und des Verbundenseins mit sich selbst. Ganz sein und Verbundensein sind fundamentale Eigenschaften unseres Wesens. Trotz der Narben, die wir aus den Leiden und Verletzungen der Vergangenheit davongetragen haben, ist unsere ursprüngliche Ganzheit noch immer vorhanden, als ein größeres, in dem auch unsere Narben aufgehoben sind. Keiner von uns muss ein hilfloses Opfer dessen bleiben, was ihm in der Vergangenheit angetan oder vorenthalten wurde oder was er in der Gegenwart zu erdulden hat. Wir sind noch immer das Ganze, als dass wir geboren wurden, das Ganze, das wir waren, bevor es seine Wunden empfing und seine Narben davontrug. Stellen wir in der Meditation Kontakt mit dem Sein her, kehren wir in eine Dimension zurück, die in einem tiefen Sinne jenseits der Narben liegt, jenseits der Leiden, der Isolation und der Fragmentierung. Und das bedeutet, dass wir uns, solange wir atmen, vom Leidensdruck alter Traumatisierungen befreien können. Es bedeutet, dass es uns jederzeit möglich ist, Fragmentierung, Angst, Verlust der Geborgenheit, Verunsicherung und Selbstverzweiflung zu überwinden, wenn es uns gelingt, sie mit neuen Augen, den Augen der Ganzheit zu betrachten. Vielleicht besteht der wichtigste Teil der MBSR-Arbeit darin, den Menschen zum Glauben an ihre Ganzheit zu verhelfen, sie dabei zu unterstützen, sich wieder als ein Ganzes zu spüren und in sich selbst diese tragende Schicht ihres Seins zu entdecken, um aus ihr heraus die Wunde des Getrenntseins, der Isolation und Fragmentierung zu akzeptieren und zu heilen. Der Körper ist dafür der ideale Ausgangspunkt. Zunächst einmal ist er, wie wir schon gehört haben, unser ständiger Begleiter. So dann dient er uns als ein Spiegel der Welt. Was wir aus seiner Funktionsweise lernen, können wir auf viele andere Bereiche unseres Lebens übertragen. Und schließlich bedarf er mehr oder weniger der Heilung. Jeder von uns bringt ein gewisses Maß an seelischer oder körperlicher Verspannung und Verhärtung mit. Wir alle haben mehr oder minder schwerwiegende Traumata davongetragen. Wie immer dem auch sei, unser Körper hat uns vieles zu lehren über Stress, Schmerzen, Krankheit und Gesundheit, über das Leiden und nicht minder darüber, wie man sich von ihm befreit. Gesund zu sein heißt, ganz zu sein. Ganz sein bedeutet Integration, bedeutet Vernetzung aller Teile eines Systems oder eines Organismus, bedeutet seine Vollständigkeit. Und zum Wesen der Ganzheit gehört es, sich im Hier und Jetzt zu verwirklichen. Ein Mensch, der einen Arm oder einen anderen Körperteil verloren hat oder an einer unheilbaren Krankheit leidet, ist auf der Ebene des Seins dennoch ein ganzes und vollständiges Wesen. Um diese Ganzheit zu erfahren, muss er jedoch lernen, seine Behinderung oder Diagnose zu akzeptieren. Dieser Prozess führt zu einer tiefgreifenden Veränderung seiner bisherigen Sichtweise, sei es in Bezug auf sich selbst, auf die Welt, auf die Zeit oder das Leben an sich. Und zugleich vollzieht sich in diesem Prozess des Akzeptierens der Dinge, wie sie sind, der Heilungsprozess. Die Idee der Ganzheit und die Frage, wie sie sich im Leben des Einzelnen verwirklichen lässt, hat viele bedeutende Denker beschäftigt. C.G. Jung hat in diesem Zusammenhang von der östlichen Tradition der Meditation eine besonders hohe Meinung. Die Frage, wie Ganzheit erreicht werden könne, so C.G. Jung, habe die originellsten Denker des Ostens 2000 Jahre lang beschäftigt und die in dieser Hinsicht vom Osten entwickelten Methoden und philosophischen Lehren stellten alle diesbezüglichen Versuche des Westens in den Schatten. Jung verstand sehr wohl den engen Zusammenhang zwischen Meditation und Erkenntnis der Ganzheit. Natürlich sind wir getrennte Einzelwesen in dem Sinne, dass wir mit unserer Lebensspanne und unserem Körper eine bestimmte Zeit einen bestimmten Raum einnehmen. Wir haben eigene Gedanken, eigene Gefühle und sind einzigartiger, intensiver, von Liebe erfüllter Beziehungen und Bindungen zu anderen Menschen fähig. Werden diese Beziehungen gewaltsam getrennt, erfahren wir Schmerz und tiefes Leid. Und dennoch ist unser Verweilen auf dieser Welt Sache eines Augenblicks, ein kleiner Wirbel in einer großen Strömung, flüchtiges Wellenspiel auf der Oberfläche eines Ozeans von Ganzheit. Jede Welle, jeder Wirbel hat eine eigene Ausprägung, ist aber gebildet aus dem Stoff eines größeren Ganzen, das sich auf eine Weise ausdrückt, die unser Fassungsvermögen letztlich übersteigt. Mit den Augen der Ganzheit zu sehen, bedeutet zu erkennen, dass es keine isolierten Phänomene gibt, dass jedes Problem im Kontext eines übergeordneten Zusammenhangs zu betrachten ist. Auch wir sind nur Teil dieses größeren Geflechts, das all unseren Erfahrungen zugrunde liegt und in dem wir uns erneut verbinden können. So zu sehen, bedeutet heil zu werden. Es hilft uns zu erkennen, dass wir außergewöhnliche, wunderbare Wesen und zugleich nichts Besonderes sind. Teil eines sich entfaltenden, größeren Ganzen. Eine Welle, die im Ozean des Seins auftaucht und wieder in ihm versinkt, für einen kurzen Augenblick, den wir Leben nennen. Und an der Musik ist sie zu schwimmen. 0. refusing door